Moin, hallo und herzlich willkommen, Matze wieder hier und wir haben jetzt hier zwei Sachen, ne drei Sachen zu tun und zwar Elimination, wir sollen, das gäbe es über eine Distanz von 35 Meter erschießen, sieben Stück, dann brauchen wir noch einen mit einem großen Magenschuss, den können wir ja überall machen sozusagen und Hausarrest Part 2 brauchen wir auch noch, so, das wäre so jetzt, das Ziel des Tages, Hausarrest, okay, dann muss ich da hoch, Mensch, was ist denn das nur für eine beschissene FPS hier auf die Sonne, ist doch nicht zu fassen, das kannst du nicht spüren, nehmen wir mal was zu essen mit, dann gibt es gar keinen Loot mehr, was ist denn das, das war doch sonst ein Garant für diesen Loot, war das die Gasmaske, ne, das war eine andere, glaube ich, aus der man den grünen Filtern herstellen kann, Ich meine, die FPS auf Streets waren noch nie berauschend, aber ich glaube, hier im PPOS-Siener Schimmer, und ich vermute mal, das liegt halt an der KI, also wir müssen ja mehr berechnen, wir müssen ja die Spieler, die sonst die menschliche Spieler sind, müssen sie ja noch simulieren und das kostet ja auch Rechenzeit, also denke ich mal, dass das auch noch mit dazu beiträgt, die eh schon schlechte Performance noch ein bisschen schlechter zu machen hier auf der Karte. Das ist der Wahnsinn, oh, das ist der Wahnsinn. Dieses Geruckel, ich habe schon besseren Speicher jetzt verbaut, sozusagen, von 2667 MHz, habe ich jetzt 3600er drin, und es reicht trotzdem noch nicht, es reicht einfach nicht. Das ist der Wahnsinn. Oh, Bart, gibt es da. Was? Was? Warum das denn? Na komm, mach ihn. Also, das kann doch, das kann doch nicht sein. Was? Okay. Was? 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 Haus, Heels, Heels, Haus. In the world I felt. Ah, wunderbar. Da ist kaum ein Kino fürs Auge. Schlimmer eigentlich. Schlimmer. Im Video sieht man das nicht mehr, weil Premiere das alles auf 60 FPS hochrechnet. Aber hier. Das war's. Das war's für heute. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. So, Vollklippen. So, das hätte ich fertig. Die Daily ist fertig. Man kann auch bei diesem Geruckeln nicht auch nicht schießen, aber das ist echt eine Zumutung. So, warum habe ich denn die M80 noch drin, ich Idiot? Dann schleppe ich die M80 noch mit rein. So was Dummes. Da habe ich vorher noch die RFB drin, hat er und jetzt habe ich vergessen, die Munition rauszunehmen. So, das war's für heute. Oh, der Bastard hat mich gestern über den Haufen geschossen. So, das war's für heute. 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 Ich hab doch drei erschossen. Ach, ich hab' im Auto. Es ruckelt einfach super. Das ist barbarisch, das kann man sich nicht vorstellen. Ich verstehe nicht warum. 50 fps, das ist doch nicht normal, alter! Das kann doch nicht normal sein! Ich hatte vorher mit meinem schlechten RAM und dem... Jetzt hab' ich als Prozessor... ...einem... ... oder was ist denn das? Reisen... ... 5... ... 5800 X3D... ... ja, und... ... 3600 MHz RAM. Das kann doch alles nicht sein, Alter! Hier, 35 fps! Das ist doch nicht normal! Die wollen mich doch verarschen! 44 fps... ... 46... Komm, Alter! Halt doch die Schnauze! Puck, Alter! 44 fps... ... alter, leck mich doch! Das ist doch nicht normal! Das sind eigentlich meine Exits... Crash-Site... Damaged House... Also die Map finde ich ja gut, aber... Die FPS gehen mir auf den Peks... Das ist ja gut, aber das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist schön witzig. 44 FPS, ich könnte heulen, aber ich könnte heulen. Was? 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 Das war's für heute. Eine Million bezahlt er, diesen Scheiß-Schlüssel. Was gibt's hier drin? Nichts. Mit der Kabel. Oh, doch. Gibt doch was. Ui. Ui. Ja. Ist ja gar nicht mal so übel, der Schlüssel. Ja, kleiner Mann. Du kriegst einen Ehrenplatz. Oh, ich wieg schon wieder 50 Kilo. Dann das weg, das weg, das weg. Das weg. Also da rein. So, was habe ich noch weg? 49, das passt schon. So, wo gehen wir jetzt raus? Was? Das ist so. Na? Das war's. Ich brauche nur noch neun Minuten. Was ist das? Aramid? Ich brauche Kultura. Ich brauche nur noch neun. 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 Ich brauche nur noch neun.